Mal sehen. Haben von den alten Typen erfahren? Check. Haben eine riesige Armee vernichtet? Check. Vorwärts, Team Kriegsmagier! Ja, wir rocken einfach. Zufriedenstellend. Fürs Erste. Wir müssen aber immer noch den Ursprung dieser roten Risse auswendig machen. Lass mich raten. Wir müssen zuerst noch ein paar Orks kloppen. Ich bin sowas von bereit. Die Feinde bereiten sich darauf vor, einig unsere Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Da kommen sie! Ein Feuerlord! Wow! In den Büchern wirken die gar nicht so furchtanflößend. Schon okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich diesen Feuerkreaturen beikommen kann. Vorsicht! Dieser Feuerlord zerbricht in kleine, schnelle Feuerlinge, wenn er stirbt. Was ist das? Ich bin der Hammer! Und attraktiv obendrein. Die Feinde gerufen an einer weiteren Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchfacht. Sie haben ein weiteres Tor durchfacht. Okay, das war spaßig. Was, das? Oh yeah! Ich hab's immer noch drauf. Ein weiteres Tor wird angegriffen. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Das ist die perfekte Stelle. Ich liebe es, wenn die Orks blind in sie hineinlaufen. Fallen, 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 fallen. Das hätte ich kaum sehen müssen. Sie sind fast da! Eine Barrikade wird angegriffen. Eine Barrikade wird angegriffen. In unserem Rissraum sind Feinde. Feinde beim Rissraum sind Feinde. Feinde beim Riss! Das wird nie langweilig. Auf Zehenspitzen durch das Fallenfeld. In unserem Riffraum sind Feinde. Sie sind fast da! Sie greifen die Bankade an! Feinde beim Riff! Oh, hat sie noch mehr von denen? Mit unserem Riffraum sind Feinde! Eine Bankade wird angegriffen! Sie ist einfach so hübsch! Die Bankade wird angegriffen. Sie sind fast da! Ich bewundere ihre Entschlossenheit. Aber ich beschütze den Ort. Feinde beim Riff! Mit unserem Riffraum sind Feinde! Für den Bruchteil einer Sekunde war ich sogar ein... Klein wenig... Bis noch! Hallo, alter Feindfreund! Sie sind fast da! Effizientes Platzieren ist gleich effizientes Töten. Genau wie damals! Haben Sie noch größere Feinde beim Riffraum? Haben Sie noch größere Feinde beim Riff? Feinde beim Riffraum sind Feinde! Sie greifen die Bankade an! Wir haben eine Bankade zerstört! Was mich nicht tötet, macht mich... Feinde beim Riff! Nicht tot! Sie sind fast da! Da kommen weitere Feinde! Hallo, Fallen! Ciao, Orks! Damit werden Sie nicht rechnen! Das ist so kinderleicht! Das ist so kinderleicht! Mit unserem Rissraum sind Feinde! Feinde beim Riff! Nur zu! Schickt noch mehr! In unserem Riffraum sind Feinde! Feinde beim Riffraum sind Feinde! Feinde beim Riffraum! Da kommen weitere Feinde! Ich sollte das jemanden für mich tun lassen. Ein weiterer weiser Schachzug des großen Worms. Jung, wütend und mächtig. Einfach zielen und schießen! Sie sind fast da! Das glaube ich kaum. Feinde beim Riss! Das bringt das Blut in Wallo. In unserem Rissraum sind Feinde! Sie sind fast da! Bin ich möglicherweise besser darin? In unserem Rissraum sind Feinde! Eine Barrikade bei einem Riss! Gewinnen fällt mir offenbar sehr leicht. Wir sehen uns im Vergleich zu denen. Ein해�ère Beide, seineávelen Energie, es wird sich trotzdem ab und schreitst. Eineaa, eine Aus Chile! Neu sondern ein Ba... Untertitelung des ZDF, 2020